nein 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 Leute Das ist mit Nein 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 Wir hatten unsere Sachen Geht doch weg Nein Nein, 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 nein Nein Einfach nur Nein Wir hatten unseren Stuff Und dann sterbe ich nochmal Egal, komm Leute Ich glaube Da sind jetzt zwei Kreuze Auch wenn ich jetzt eigentlich respawnen müsste Ist mir jetzt egal Ich hole mir jetzt trotzdem den Stuff wieder Komm ich da runter Ja, nice Nice Gut Okay So Ich bin da ertrunken, Leute Ertrunken So Wo geht es hier jetzt lang So, ob ich jetzt das mit der Hand abbauen soll Stimmt Ich habe es mir eher zugebaut Mann Leute, werden wir es noch schaffen Ich habe keine Ahnung Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui auftauchen 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 aufgetaucht und wieder runter hier liegt mein grabstein abgebaut ich esse kurz was auftauchen leute auftauchen und wieder runter unsere letzten stuff holen das ziehe ich jetzt mal ganz kurz an steinschwert und wieder runter ist ja noch star unsere diamanten habe ich okay dann muss der rest da oben wohl liegen aber ich glaube da gehe ich jetzt nicht noch mal hin doch da geht es immerhin da steht jemand aber ich bin geschickt und baue einfach zu jawohl ich hätte einfach in die kiste gucken können da waren so viele sachen drin naja geil und hier sind die sachen auch weg was ist das brave place ja okay leute dann würde ich mal sagen jetzt beende ich auch wirklich die folge wir haben sachen verloren wir haben sachen gewonnen am ende haben wir unsere zwei diamanten und so bekommen kann ja noch mal schauen hier machen wir auf jeden fall zu hier werde ich vielleicht nächste folge mal weiter schauen ich bin hier runtergefallen so ach hier liegen noch torches das war's das war's von dieser folge ihr könnt mir noch mal tipps in die kommentare schreiben würde mich mega freuen und ja das war's mit unseren 35 leveln morgen kommt leider keine folge deswegen logge ich mich jetzt vorzeitig aus bis zum nächsten mal tschüss